ich den klein lass ich, dann mach ich den großen noch dahinter den kann nämlich hier kommt ja, ach komm ich mach ja auch noch ein Garagentor hin dann haben wir von zwei Seiten Eingänge ja ja mach den mal, thank you man thanks was, da darfst du sow sow sow, ich muss schon wieder pissen in real life ja, darfst du nicht das ist ja noch eine Viertelstunde ungefähr jetzt ist mein Opperkopf da mein Opperkernkopf bisschen verwirrt müssen wir verwirrt so vor Erosparks was sind die eigentlich was bringen die? ich weiß ja nicht ok also die kann ich nicht mal auf dem Ana-Pools platzieren dann sind sie für was anderes gedacht hm keine Ahnung wofür ich hab grad alle verbraucht dafür naja Popo Air und Crystal Cube dann kann ich den ja mal machen ist Popo Air? deine Oma hast du Popo Air gesagt? ich hab das gemacht Maul du dummer Flash na verdammt so will ich die schon haben fucks dann so und der Eingang muss dann einen rüber, genau dann dann ja lass uns so so stopp die Popo Air sind dafür da um Energie aus dem End rüber zu transportieren ok aber ich kapiere das trotzdem nicht wirklich aber ich kapiere das trotzdem nicht wirklich hast du dir jemals was kapiert? man ich hab aber auf nicht ich weiß von nichts ich weiß von nichts was machen die? ok Master Coop Air Sparks tu ich hier noch ein E-Kabel rüber ziehen? ob ich so ein geiler Mensch bin hm ah erstmal gucken abwarten und Tee trinken ähm Eloi davon haben wir jetzt nicht mehr so viel das war klar da brauchen wir erstmal genau da brauchen wir das Energetik Eloi ich probiere gleich mal raus was das ist lol wo hab ich den Block denn jetzt herbekommen? hast du gerade was abgebaut? ja wer jetzt wissen will ach du tust du jetzt einen davor oder was? ich bin auf maximal 10 Blöcke von dem Core entfernt sein ok äh ja tu doch jetzt das ist ja ein bisschen blöd ne ne und jetzt so viele brauchst du nur hier zwei ersetzen von der Mitte aus aber ich kann ja schon mal abbauen den Rest ne was ich kann ja schon mal die Ener-Blöcke abbauen wo du es schon gemacht hast ne äh ja okay okay los und mit dem Abbau so so sie ist ja ungefähr um die zwei ja die haben zwei Abstände der hat zwei sie ist ja ungefähr um die zwei ja die haben zwei Abstände der hat zwei ne zehn die müssten jetzt eigentlich funktionieren ne ich habe keine Ahnung was das ist geaktiviert hast du irgendwas umgestellt noch oder so hier ist live 100 eingestellt das ist voreingestellt live 100 komisch der Lenny hat das doch bei sich stehen oder nicht oder beziehungsweise WTF oben drauf ich geh beim gucken ja warum fliegst du einfach schneller als ich in der Rüstung ha du Cheater hey das ist doch auch nicht tier ist das das ist doch auch nicht voll warum ist das tier 7 bei denen hier die Dinger hä ja guck die brauchen wir ja später hier die hier damit die die Ploins das sie mir jetzt aktiviert werden aber bei denen ist da Mitte eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn guck bei denen ist sogar elf entfernt kann ich mal davon schauen und komisch ne die Dinger brauchen wir ja noch nicht ja die brauchen wir ja später hey warum geht das denn hier nicht hä wo funktioniert das bei denen haben wir irgendwelche blöcke vergessen oder so ne wir haben doch alles gemacht 357 genau 357 immer überall haben irgendwo ein block zu viel kann ja manchmal auch sein dass du block zu viel hast aber ja ich habe es gefunden weißt du noch du hast gesagt nur jeden westland belegen die ganzen kanten sind auch alle die ecken zum beispiel hier oben sind alle belegt guck mal wenn ich hier abbuddel ist kein westland block hier unten hier ist das auch nicht da siehst du das da ist es nicht da ist es nicht wir müssen jetzt aber gucken hier unten ist das auch noch nein nein ich hab's hier fehlen blöcke ja aber du musst ja dennoch hier ne warte ne warte ich weiß warum die blöcke fehlen ich hab einen 3er modus gerade abgebaut ja siehst du warte ja hast du es dann da hinten auch gemacht ey das habe ich gerade gemacht es kann aber nicht sein dass wenn es gerade ist gemacht das geht es ja nicht was für kanten meintest du denn hier hier unten hier da dürfte kein punkt drunter sein hier wo ich jetzt gerade schlage da ne warte was denn jetzt irgendwas was ich bin am abbauen ich sehe dass du am abbauen bist ja was denn jetzt auch das mit der spitze hacke so arschlange ne was willst du ähm hier nimm mal den und mach mal rechts klick naja schön das ist ne zum mach mal rechts klick drauf das ist natürlich nice wenn du so auf erkundung mit hast hier drunter müsste ja einer sein war das echt zu lange abzubauen ja das ist richtig kack ja ich habe eine scheiß spitzhacke da drunter ist ein ok liegen noch zwei blöcke um das schiff dritte eine Hört.